Es war sehr gut gestern, es waren die Viertklassler da, die den ersten Eindruck gewinnen können, welche Firmen das tun und auch unser Stand natürlich und es würde uns freuen natürlich, dass es nächstes Jahr diese Messe wieder gibt, dass auch die, die dann im Pulli sind, wirklich dann wieder zu uns kommen und sie da vielleicht den anderen Lehrberuf ergreifen.